Mann. Willst du dich unterhalten? Ja, okay. Zwar 40 US-Dollar, aber... Komm, ich lade hier die Nari ein. Und natürlich meine Perle und hier mein Homie. Was mein, mein Homie, den Julien. Die laden wir natürlich hier zu der Party ein. So, und jetzt müssen wir erst mal einkaufen. Oh, Chapman. Oh, nein. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das ist das, was ich habe und das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich möchte. Kostet uns natürlich echt viel Kohle. Alles ist weg. Der Computer ist kaputt. Ja. Ich mag dich, aber... Ja. Endlich. Was hat die denn? Die, was hat die denn? Grundaufnahme, Stereo-Ausgaben, Mono-Ausgaben. Pop-Schutz, kein Filter ausgeschaltet. Ah, die hat einen Pop-Schutz, ne? Dass man die nicht verkaufen kann, ne? Das finde ich ein bisschen doof. Ja, jetzt müssen wir erst mal ein bisschen wieder Knete machen. Ja, hab ich. Und ich muss mal irgendwas fräten. Schon wieder. Und dann würde ich einfach am besten nochmal ein Spiel spielen. Wir machen hier von nochmal an ein Gameplay. Komm, hier. Farmhorror geht weiter. Natürlich die Ausrufe zeig ich nicht vergessen. Geht offen, nicht vergessen. So, Ladebildschirm. Musik-Intro. Was ging? Aufnahme-Ladebildschirm. Ernster Kommentar? Cool. Verdoppelt sich dann direkt. Und du hast ein Kapitel beendet. Offizieller Kommentar? Wow, ist okay. Hauptmenü? Komm, sarkastischer Kommentar. Scheiße. So, eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt. Ein Abspann. Sollte da immer mit dabei sein, ne? Finde ich auf jeden Fall. So. Können wir das eigentlich schon so anbieten? So, was haben wir denn jetzt hier noch nicht? Titel auswählen. Und dann nehmen wir mal Farbenzuordnung. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, äh... Ja. Ist nicht gerade so, äh... Interesse geht ein bisschen zurück, ne? Muss man einfach so sagen. Das Interesse geht ein wenig zurück hier. Aber wir laden's hoch. Und gehen nochmal ne Runde arbeiten. Zwar Zeitungsaustragen. Komm. Wir brauchen die Knete. Wir brauchen auf jeden Fall die Knete. Es hilft ja alles nichts. Wir brauchen die Knete. Ja, nein, danke heute nicht. Ich werde jetzt hier nur nochmal zugleich, äh, futtern. Und dann gehe ich ins Bettchen. Knete haben wir nämlich jetzt. Ähm, boah. Brot. Mhm, mhm. Ich müsste auch mal gleich was zu fretten, glaube ich, kaufen, ne? So, geht ran. Boah. Hm. Hm. So. Und das Video ist draußen. Cool. Äh. Ich liebe diese Blissful-Farben-Gameplay-Videos. Sehr interessant, Cooper. Ich habe den Internet-Blings gewertet. Videos von Blissful sind echt unglaublich interessant. Ich kann nicht glauben, dass ein selbstverwanderer YouTuber so bescheuert bei der Nacharbeit des Videos erstellt. Oh, da muss er mich mal sehen. Ich kann überhaupt keine Video-Nachbearbeitung oder Video-Bearbeitung. Wenn du mir das Leben aus der Welt hättest, würdest du die Aufnahmequalität trotz versauen. Halt die Schnauze. Erkommt nur mal, in, in, durch-ity. Klar, mal in, in, um ... In! Wir, in, 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 um... ...mh. So. Schwindigkeit habe ich jetzt 1 Gigahertz, das ist natürlich echt gut. Äh, hallo? Hä? Achso. Ähm, Beautiful Farm Gameplay. Die Sau ist los. So, es ist... Die Sau ist los. Start ist die Aufnahme. Was machen wir denn da? Musik ins... So, Aufnahme, Ladebildschirm. Kurzer Kommentar dazu. Okay, bringt uns was? Du hast eine einfache... Aufgabe bewältigt. Na, machen wir aufs neuen Kommentar? Ja, doch, irgendwas. Cool. Ähm, Ausschnitt. Ernster Kommentar. Ah, bringt nichts. Schade. Und du schaltest die Kamera aus. Wegen der Verabschiedung. Komm, bringt... Kostet nicht so viel. Du, 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 du... Mist. Ah, nicht ganz so viel. Ah, ist egal. Ey, kriegen wir auch noch da hin. Cool. 47. Das Interesse... Äh, Inter... Interesse, ähm... sinkt so langsam an dem Spiel. Das ist natürlich echt doof. Zieh dich um, Disco. Ja, wir machen die jetzt mal weg. Rote Shirt. So, Hose. Rote Schuhe. Ja, komm, zum Event gehen. Da. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Hey, das ist mal eine Perle. Äh, ne, die. Da. Ich muss mal eben drehen hier. Seh die nämlich nicht so gut. Ach, guck mal, hier ist der Gronx sogar mit den grünen schönen Haaren und im Schnurrbart. Was? Komm, wir geben dir noch ein Geschenk. Tada! Kannst du einfach die ganze Zeit mit der, dann läuft schon. Hat der hier irgendwas? Der ist ein Job. Gehen wir mal mit hin. Guten Abend, willst du eine exkluose Produkt bekommen? Er schließe Freundschaften mit einen Leuten und er hat diese exkluose Kleidung. Golden Trooper. Okay. Wo ist denn hier mein, mein Bro? So, mein Bro hier. Ist der, ist der da? Bestimmt hier die Damenwälder klar machen. Ach, der ist mein Bro. Ah, ich kann die Veröffentlichung in den Read&Run kaum ab 6 abwarten. Ach so, das ist auch so eine Gamer. Wir sind das cool. Hm. Hm. Ähm, blablabla. Ah. Blablabla. 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 Ich liebe deine Videos Party. Ah, cool. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Weil du meine Videos liebst. Können wir uns jetzt gegenseitig verkannten. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Klar. Blablabla. 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 Meine Mutter verstehe mich einfach nicht. Ich habe ein paar Mal in der Arbeit verhauen und jetzt habe ich nicht mehr an in meinem Computer. Oh. Ja. Aber wir können ja... Oh, kann es nur noch nicht? Wir haben halt die ganze Zeit mit dir. Das ist ja kein Thema. Hm. Ähm, ja, nein, was? Ähm, blablabla. Habla. Blablabla. Ah. Wenn wir erstmal gut hier befreundet, dann machen wir die ganze Zeit reden mit dir einfach. Das ist ja egal. Ähm, blablabla. Blablabla. Horni, aber ein Fehler mit dem Papier ist er gekommen. Was auch immer. Ähm, Narlanders. Ich weiß überhaupt nicht, was die meinen, ne? Blablabla. Studios 3 besser sein wird als das alles was wir jetzt nicht gesehen haben jaaa das denk ich auch Play Studios 2 2 für die beste Konsolen unserer Generation jaaa das kann sein das kann sein das kann sein was die denn alle Honi geh nicht im Bach hinunter das ist auch so ne kleine die so ein bisschen beeft ne ein bisschen jede Menge Stunden an meinem Skript zu verwenden ist nicht immer eine gute Idee manchmal brauchen die besten Ideen nur einen Hauch von Sekunden ja ja blablabla ich ziehe es vor am PC zu spielen ich auch ne aber auch privat wirklich real life zieht mein PC immer vor blablabla ich habe jetzt sie die vegetarien in der letzten Zeit gar nicht mehr gespielt und das ist natürlich schade blablabla 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 totaler flop blablabla 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 ich bin sicher so Freunde heißt Kollege ich kriege meinen Preis jaaa okay ähm blablabla 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 da geht es schon von alleine die jetzt haben wir noch ein geiles Kleidungsstück bekommen das ist natürlich echt super du 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 da gibt es noch ein paar Views für, das ist doch klasse so, neue Aufträge, neue Aufgabe du bist so offen, ok so, au, wir steigen dann auf ich kann nicht glauben, dass ein selbsternannter YouTuber ich pisse mir in die Hose, Scarlett beste Video überhaupt, Akira, beste Video überhaupt, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr, Ariel aha, die Ariel liebt uns Ariel liebt uns wer auch immer Ariel ist, sie liebt uns und wir haben noch einen Talente-Punkt zu vergeben Videos ist eine Information über eine neueste Nachricht in der Industrie und folgen mir eine gute Analyse über das Spiel zu machen zuerst mal spielen, ok generiert 10% mehr Likes achso, das können wir mhm du, Ali, meine epische Spielsitzung auf, lade einen Freund ein und starte in der Gemeinschaft dieses Video wenn dein Freund gut genug ist, wirst du viele Aufrufe bekommen ey, cool ähm mhm könnten wir ja versuchen neue Talente-Punkte neue PC-World Info was ist denn das hier? du hast, was? du hast 200 Whitejats für den Computer frei geschaltet ah, cool ok, ok, ok so, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen unseren Kurs hier weiter, äh, verfolgen oh hm es ist denn so Video-Nachbearbeitung machen du, 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 du chatten ich mag, was ich sage lade einen Flock hoch direkt über das Reden zu können ich mache das Belohnungaufgabe direkt über das Reden durch den Kopf geht toll, wenn ich das überall machen kann umso besser ja wenn ich nur wüsste, wo ich einen V-Log machen kann A51 Mood Lifestyle kochen gut, kann ich gar nicht Interaktionen ankommen und ich habe nochmal eine Kompilanz 113,35 MONAT Dollar also Dollar im Monat hmm mh 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 Ich sehe gar nichts mehr da drauf. Das ist echt doof. Das ist echt doof. Ähm, ja. So. So, Kurs abgeschlossen. Cool. Wiederbearbeitung geht hoch bei mir. Das ist sehr gut. Möchtest du reden? Ja, ja. Ja, möchte ich. So, und damit kriege ich sogar noch eine neue Karte. Verabschiedung mit Kurs. Oh ja, komm. Ich mag dich, aber... Ja, okay. So, welchen Kurs machen wir denn jetzt? Fotografie für Anfänger. Ah, der kostet so viel. Ah, okay. Jetzt, okay. Moment, ich muss mal eben husten. So, und da wären wir wieder. So, und wir sind direkt auf dem Weg zur Arbeit. Arbeit, Arbeit. Du verlierst Abonnenten? Ja, aber ich muss ja auch mal ein bisschen arbeiten. Ich brauche Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, denn ohne Kohle, ohne Moos nichts los. Hey, Penny, ich will ein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich sie aufnehmen soll. Okay? Äh, habe ich nicht. Sorry. Bro. Habe ich einfach nicht. Neues Gaming-Video machen. So. Wir könnten auch mal ein bisschen Biss-Farm machen. Oder? Hier, das ist gerade, glaube ich, sehr beliebt, oder? Ist das gerade beliebt? Ich glaube, das ist gerade sehr beliebt. Ah, aber ich habe... Ich habe keine Konsole. Das ist aber, glaube ich, gerade sehr beliebt, oder? Oder was heißt das hier? Ein Kurzfolgerwerk, den Tag, welchen niemand vergessen sollte. Komm. Ich habe mal ein Gameplay-Video von. Und, ähm... Ja, ich würde sagen, ne? Hauen wir raus. Dü, dü, dü. So. Du stattest die Aufnahme. Komm, machen wir mal ein Musik-Intro raus. Ladenwirt schon mit dem Hinweis. Machen wir mal einfach einen kurzen Kommentar. Dü, dü, dü. Du hast einen Kopfschubfern des Springens erhalten. Konstruktive Kritik? Oh, bringt nix. Naja, gut, egal. Zeit, bevor das Spiel startet. Da, doch, irgendwas. Cool. Ding, 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 ding. Das ist halt ein Controller-Held. Ich mach das, na ja. Zum Fassung des Spiels wird angezeigt. Abspannen. Es gibt dann auch nochmal ein bisschen was. Das ist cool. Dann hat bis auf... Können wir denn... ...da ein bisschen was basteln? Ja, komm. So, oder? Ändert sich dadurch was? Nö, ne? Nö. Okay. Das ist egal. Also, auf Deutsch. So. Ja, gut. Der Adresse ist da an dem Video nicht mehr so hoch, aber okay. Ein bisschen, ne? Los Level. Oh nein. Sag mir nicht, doch. Es ist soweit. Reparieren von Stolar. Es darf dann nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein, ne? Ach, der Techniker ist schon wieder da. So. Hm. Es sollte eine Runde knacken gehen. Schlafen. Schlafen ist wichtig. Nächste Video lädt ja eh hoch. Und dann, äh... Ja. So. Dann sollen wir vielleicht auch noch ein bisschen essen. Wir sind sehr sparsam beim Essen. Ich nochmal, äh, ne? Erwähnen, wir essen hier fast eigentlich nur kostenloses Brot und... ...trinken. Hm. Alles andere, was eigentlich viel mehr Energie bringt, das holen wir uns fast gar nicht. Komm, wir gehen in die Eventbegleitung. Da machen wir auch nochmal ein bisschen Kohle mit. Es ist nun mal wichtig, wir brauchen die Kohle jetzt auch im Blick. Wir brauchen so viel Kohle, Eventbegleiter. Begleiter? Ah, gut. Ich dachte nochmal, das heißt Begleiter, aber egal. Ey, weg von meinem Rechner! Typ, äh. Bewegt dich, ich muss... Ich war doch gar nicht mal da, du Pappnase. ...wütender Kommentar, okay. Gut. Mach ich aus. So, äh, eben schnell noch was essen. Komm, wir hauen uns dann eine Sandwich noch rein. Dann müssen wir noch was essen kaufen gehen. So. Gut. Wie gesagt, kostet natürlich auch wieder ein bisschen Geld, aber eben... Ähm, ne? So. Okay, 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 okay. Äh, 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 äh. Wenn die Person... Äh, 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 äh. Du bist mir schon so ein Bad Name. Was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet. Sorry. Okay. 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 Solltest du besser kein YouTuber... Ich frage mich eigentlich, wann ist man eh YouTuber? Also auch im, im wirklichen Leben. Nur wenn man Videos macht, ist man dann YouTuber? Ist man dann YouTuber? Ich glaube nicht, oder? Ähm, ähm, ähm... Superparty... Cosplayparty... Ähm, ähm, kanto... Was ist denn das für eine Show? Kann man da irgendwo Infos? Sehen? Ne, ne? Snowparty... Science... Science... Dance... Weekly... Rocky... Äh, kanto VG Show. Komm, wir gehen da einfach mal hin. Was? Dann gehen wir da doch nicht dahin. Äh, wann brauchen wir denn da für ein Kostüm? Ja, wir holen uns einfach. Ich werde teilnehmen. So. Okay. Oh, ich muss mich direkt schon umziehen. So. Haben wir da auch die passende Hose dazu? Wahrscheinlich nicht, oder? Zum Event gehen. Irgendwie lädt man Skyrim heute nicht so schnell hoch, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Oh, meine Perle sieht so heiß aus. Du wirst schon sehen. klar was mit großartig werden klar das werden wir bestimmt nicht abgängig sind oder nennen in die ja gut ich mag dich und ich will dich treffen von nun an gehen wir zusammen aus hier kommen die jetzt auch knutschen und die knutschen zusammen geht ja ich verliere wieder Abonnenten aber hier das geht mir vor hier ne also muss ja jeder mal wohl Verständnis haben außer mach ich das eh nur für die Abo-Zahlen hier also ne dann suche ich mir die nächstbeste Wesse wenn die Abo-Zahlen stimmen mach ich voll mach ich voll irgendein Scheiß ey hau die Alte in den Wind und behaupte irgendwas so läuft so ein geschenk geben scheiße es ist ein bisschen spaß aber sein profil ansehen so beziehung wir sind ein paar ja cool von 400 mitarbeiter gehalt habe ich gar nichts er mit seinem helm da da haben wir 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 da voller gleiche Kostüme Klaude so und die haben alle kein Helm aber ich glaube das richtig Kostüm die nun war das ist ja schon wieder läuft okay ich gehe jetzt tschüss oh man ey so wieder umziehen doch Kleidung ändern müssen noch mal Kleidung kaufen so so aber wir müssen erst noch mal ein kleines Spiel Spiel rausbringen hier also ein Gameplay Video oh ja jetzt glaube ich können wir bis bis fahren noch mal machen oder hallo das ist wenn meine Maus so schnell klickt das ist dann fliege ich da immer so schnell raus jetzt jetzt habe ich natürlich auch für ich habe keine Playstation aber geht alles runter und hallo wir gucken einfach mal nach einem neuen Spiel einkaufen vielleicht vielleicht ist da ja ein gutes Spiel raus